Punkt 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Die pseudowissenschaftliche Religion eines angeblich menschengemachten Klimawandels und der damit verbundenen Panikmache soll die globale Gleichschaltung und die Machtergreifung der Eliten und Endzeitsekten ermöglichen. Es ist die Enteignung und Rationierung aller Ressourcen dieser Welt, die der Menschheit von einer totalitären soziokommunistischen Ökodiktatur mit Manipulation, Gewalt und Erpressung aufgezwungen werden soll. Um die natürlichen Prozesse der Natur restlos aus dem Gleichgewicht zu bringen, wird die Atmosphäre gezielt mit toxischen Chemikalien kontaminiert. Unter dem Vorwand von Nahrungsmittelknappheit werden zunehmend Pestizide, Herbizide und Fungizide eingesetzt, dafür werden natürliche Lebensmittel mit künstlichen Futtermitteln gleichgesetzt und die Kennzeichnungspflicht für genmanipulierte Nahrung abgeschafft. Dies geschieht unter dem Deckmantel des Codex Alimentarius, der World Health Organization und der Food and Agriculture Organization. Pflanzliche Nahrung wird soweit modifiziert, dass die lebensnotwendigen Inhaltsstoffe nicht mehr enthalten sind und über Supplementierung extern zugeführt werden müssen, um die Abhängigkeit von der Pharmaindustrie weiter zu stärken. Es wird eine Zweiklassen Nahrung in Abhängigkeit vom CO2-Budget und der Konsumsteuerung über die digitale Währung geben. Heilpflanzen, die unsere Gesundheit fördern oder Leiden von erkrankten Menschen lindern können und derzeit noch eine Konkurrenz zu den Produkten der Pharmaindustrie darstellen, werden verboten und deren Verwendung unter Strafe gestellt. Kritiker und oppositionelle Bewegungen, die nicht an den menschenverachtenden Klimawandel glauben oder die 17 Ziele der UN-Agenda 2030 infrage stellen, werden verfolgt und zum Schweigen gebracht. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017